So, ich muss das quasi in-game machen dann, ja? Mhm. Okay. Ja, bei mir macht er noch ein Update. Ich bin mal kurz auf dem Klo. Bis gleich. Oh, bis gleich. So, Kontaktlist, Add Contact Central here, Mellow Key, Add Offline, Bishy77, Contact Added. Alright, ich hab euch beide geedit. Kann ich das nicht annehmen? Vielleicht bloß auf der Webseite nochmal gucken. Ansonsten können wir auch eine Runde Star Marine zucken. Ja, das ist doch dieses, ähm, dieses Game, wo du ballern kannst. Ah, okay. Da kannst du quasi wie zu Counter-Strike spielen im Star Citizen-Universe. Das ist ein bisschen Bishy, hab ich in der Liste, aber... Noch nicht. Mich hast du nicht, oder was? Habe ich die richtige geschrieben? Vielleicht muss ich sie nochmal extra adden, keine Ahnung. Das machen wir uns jetzt online, also bestimmt mal ruhig ja jetzt online angezeigt. Ja, hier und wieder nach. Hier mich auch nicht, also... Okay. Bishy, kannst du mich mal annehmen in der Contact-List? Äh, warte, ich bin nur hier auf der Homepage. Ich weiß nicht, ob ich das hier sehe. Ist das zu sehen? Unter Contact, äh, Kontakt... Dann quitt ich einfach mal das Game und guck mal. My Contacts? Dreadset, also Dreadset hatte ich mal angenommen, da sehe ich nur Dreadset. Ähm, warte, aber ich kann jetzt ins Game gehen. Okay, Update ist fertig, mal gucken. Where is in the space? Gibt's hier irgendwie Contacts? Mellowkey Unfollow, Ryo, Bishy, 7-7. Genau. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Contact-List. Ich kann nur Add machen. Warte, ich mach mal Refresh. Ne, ich sehe dich nicht. So, dein Handle ist Lex. Lex mit 2x. Sunrise. Ich versuche dich mal jetzt hier zu finden. Also Handle ist cpt-lex. Alles groß geschrieben. Ah, cpt-lex. Okay. Ja, cpt-lex. Und dann habe ich Add gemacht. Jetzt ist es ausgegraut. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hast du irgendwas bekommen vielleicht? Ne, nicht wirklich. Jetzt nochmal ingein. Ich habe dich geeinert. Dich habe ich jetzt auch drin. Ah, und du hast mir online angezeigt. Bishy oder was? Ne, du. Bishy, geh mal online. Bishy, geh mal online. Ja, ich bin jetzt im Hauptbildschirm hier. Wo Universe steht. Star Marines und Arena Commander. Und darunter ist ja der Button Kontaktlist. Bei mir wird es jetzt offline angezeigt. Bei mir wird es jetzt offline angezeigt. Genau, bei mir auch. Komisch. Maloky hat Party Invite geschickt. Warte mal, ich starte mal das Spiel neu. Und wie komme ich jetzt in die Party rein? Ü oder so? Ha? Mit Ü? Ü? Ja. You have joined Malokys Partys. Malokys Partys Party. Wenn ich jetzt in den Universe reingehe, dann komme ich automatisch. Ich muss kurz warten, bis ich halt... Achso, du herbeistest du erst mal den Charakter. Ne, das ist erstellt. Das ist bloß nicht gespeichert. So, Bishy warten. So, ich bin jetzt wieder im Hauptbildschirm. Kontaktlist. Ich sehe euch nicht in der Kontaktlist. Bist du mal jetzt auch gleich angezeigt. Ja. Meloki. Ich gebe mal Meloki ein. Kontakt edit. Ja, Meloki wird mir angezeigt. So. Dann gib mal CPT-Lex alles groß ein. CPT-Lex. Genau. Mit 1x. Mit 2x. Mit 2x. Ja, jetzt habe ich dich ja auch online. Alles klar. Okay. Bei mir bist du immer noch offline. Bishy 7-7 mit SHI. Oder mit SHI. Ist schon richtig geschrieben. Genau. B-I-S-H-I. Und am 7-7. Ja, ist richtig. Soll ich euch mal in eine Party einladen? Probier mal. Probier mal. Okay, Meloki habe ich eingeladen. Und Lex. Nee. Warte. You have joined a party. Steht bei mir. Party but offline. Steht hier. In your party is Meloki. So. Invite to party, Lex. Ich invite. Party has invited you to their party. Ü war das, gell? You have joined Ryo's party party. Okay. Alles klar? Ja. Alle sind in der Party. Ich stehe jetzt. Ja, in party but offline steht die bei mir. Aber starte mal einfach Universe. Also du. Okay, ich gehe auf Universe. Space Board, ne? Station System. Ja. Region EU. Visit Location. Alles klar. Ich lade. Was drücke ich? Ü wieder. Ü. Ja, logisch. Übertragung. Ü wie Übertragung. Ü wie Übertragung. Ü, Ü, Üke. Genau. Scheiße. Oh, oh. Ich stehe auf. Oh ja. Oh, es lebt. Ja. Es lebt. Ah, ja. Meloki, 730 Meter. Ich wusste gar nicht, dass wir WG-Partner sind. Stationsnachbarn. Yo. Das bist du, oder was? Da springt noch jemand drauf. Wishi, da vorne. Ein bisschen Mausrat. Meloki, oder? Okay. Jetzt stellt sich natürlich die Frage. Quetschen wir uns alle in euren Fighter? Oder nehmen wir meinen Dicken? Ach, du Scheiße. Ihr seid ja komplett woanders. Meloki, wo bist du denn da draußen? Oder ist das ja krass. Ey, Pishi, du bist... Auf dem Ort wahrscheinlich. Ja, wir nehmen deinen Flieger nach. Aber ich muss dich erst mal finden. Habe ich denn einen Helm an überhaupt? Ja. Okay, ich gehe zum Hangar. Ich versuche mal, zu dir irgendwie zu kommen. Also, Bishi ist hier 300 Meter von mir weg. Okay, ich bin draußen. Ich bin auch draußen. Mal gucken, ob ich es zu dir schaffe. Hä, mein Schiff ist da drüben? Willst du mich verscheißen? Es schwebt im All. Ich komme mal rüber gesprungen. Man kann ja hier schweben, ne? Glaub ich. Warte, ich schweb mal. No problem. Ich komme mal rüber gesprungen. Und rüber gesprungen. Geschwubst, genau. Meloky is floating in space, Alter. Komm hierher. Ja, wo gehen wir denn als alle hin? It's the same, Chef. Wir treffen uns in der Mitte, mitten in space, oder was? Ja. Komm, dann gehen wir hier hinten hin, da wo ich bin. Steht sie da schon, die Constellation von mir? Kann das sein? Kleine Dinge? Nein. Das ist die Aurora. Nee, das ist die Aurora. Boah, was steht da hinten für ein Brummer? Oh, das ist eine Dingsons. So ein Frachter, glaube ich. Wo ist denn der Agile Flex? Hast du es geordert? Nee, noch nicht. Ich dachte, wir treffen uns jetzt erstmal. Ich gehe jetzt mal rein und order die Kiste kurz. Mein Schiff ist 2000 Meter in der Entfernung, warum auch immer. Da ist er schon persistent. Ich schlaufe mal, Alex, hinterher. Ich rufe die Luftschleuse. Da ist eine. Okay, man kann auf jeden Fall in der Alpha hinterher. Na, komm rein. Okay, bin drin. Bist du drin? Ja. Luftschleuse, zeig dir. Allein, dass das jetzt schon funktioniert, reicht mir schon. Chip Deck. So, dann holen wir uns mal die Kiste her. Retrieve. B10. B10, Deck 1. Den da hinten. Tausch, Meter noch. Bischi, warst du da schon mal drin in der? Nein. Ich meine nicht. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Guck in die Richtung, Alter. Und der Fun. Boah, geil. Äußerst groß, das Teil. Wir gehen am besten mal vorne. Hast du die Geschütze hier gesehen? Guck mal, Alter. Boah. Boah, die Triebwerker. Ja. Geschütze da oben. So, Dr. Bischi. Heute ist der erste Einsatztag. Ei, ei. Auf. Okay. Hier ist mein Chef, yeah. Mach mal eben Licht. So, wo sind die Skalpelle? Ich schnall mich mal an. Wir powern einfach mal nur an. Und dann führe ich dich mal ein bisschen durch. Oder willst du dir die Kiste nicht zuerst mal angucken? Ja, klar. Also, hier siehst du, ähm, Geschütz oben, Geschütz unten. Warte, warte, er steht auf. Oh, okay. Also, hier kannst du quasi Geschütz oben, Geschütz unten entern. Okay. Dann, hier ist so ein kleiner Aufenthaltsraum. Das sind fünf Spinde an der Wand. Also, quasi fünf Besatzungsmitglieder. Also, einen kann ich mir aussuchen. Einen kannst du haben. Okay. Hier ist die Dusche. Okay. Ähm, da hinten sind, glaube ich, ein paar Schubladen oder was weiß ich. Die gehen, glaube ich, nicht. Aber hier kannst du den Tisch hochfahren. Nice. Hier sind die Betten, die auch gleichzeitig die Escape-Pots sind. Aber wir haben nur vier, das heißt, ich muss immer sterben. Und hier hinten ist der Frachtraum. Boah, da passt auf jeden Fall jung was hin. Ja, ich werde definitiv das Bodenfahrzeug hier noch reinsetzen. Hier sind meine Rockets. Ah, okay. Hier sind seitliche Türen. Also, nicht erschrecken. Wow. Cool. Für den Notfall. Kannst du auch im Super Cruise aufmachen, ist nicht das Problem. Und hinten ist der Fighter-Hangar. Da kann ich quasi hier in den Fighter einsteigen. Oder die Verräter kann man da rausschmeißen, ne? Oh, 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 ja. Ja. Zugemacht? Fuck! Du hast mich eingesperrt. Oh, ein Flieger ist hier. Oh, toll. Ich bin umgekippt. Entership. Open Pilot. Ich weiß aber nicht, ob man wieder rauskommt. Aus dem Schiff. Das letzte Mal, wo ich reingehen bin, deswegen habe ich es nicht gesehen. Warte, ich komme. Mach dir auf. Ich gehe mal in den Frachtraum gucken. Oh, genial. So, Mr. M. Das ist schon cool. Das ist cool, dass jeder von uns woanders auf dem Strich rumlaufen kann. Das ist derbe. Okay, ich gehe in den oberen Turm. So, wollen wir eine Frachtmission oder sowas machen? Weiß mal Energie an hier. Ist doch schon. Ja, mein Terminal ist auf. Switch Hero Mode? Was ist ein Hero Mode? Power on. Achso, ich muss der Berater. Ah, ich muss der Berater deinen Terminal anmachen. Okay. Geil. Ich bin im Turm. Wo soll man hinfliegen? Mach mal. Mach mal irgendeine Missi, oder? Fire Mode? Hero Mode. Was ist ein Hero Mode? Ja, ich mache mal Fire Mode. Okay, ich habe jetzt eine. Geil. Und ich kann auch in der Außenansicht mir das Ganze angucken. Jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir das abpicken? Hier müssen wir picken. Hier müssen wir picken. Ja, das wird schon passen. Schaut mal einfach mal. Achso, ich muss Engines erst mal anmachen. Auch gut. Engines are on. Genial. Und ich kann gleich ballern. Und ausnahmsweise fliege ich auch tatsächlich gleich mal gerade aus. Ja, aber sieht schon cool aus, das Spiel auf jeden Fall. So, wo kommt es zum Super Cruise? Komme ich jetzt hier hin? Ja, ich kann ballern. Ach, Fahrwerk muss ich erst einfahren. Wie war das nochmal? Hier. Ah, das ist ein Super Cruise nochmal. Oh, oh. Ah, ja, okay. Okay. Ich muss jetzt noch ein bisschen weiter weg, bevor ich Super Cruise machen kann. Oh, wie krass. Das Fahrwerk ist noch nicht eingefahren, oder? Doch, doch. Ja, hä? Nee, oder warte, jetzt ist es wieder deployed. Warte, jetzt habe ich es. Ich gehe mal in den unteren Turm. Ja, gerne. Wir müssen schon nach hinten, Alter. Jetzt habe ich das Landing-Git drin. Shit. Jetzt kriege ich hier auch das Target. Und jetzt müsste ich da eigentlich... Boah, der Unterrückkorn sieht aber geiler aus. Haben wir einen Fight hier gerade, oder was? Ja, hinter uns ist Gegner. Oh, ich bin im unteren. Komm, ich sehe nichts. Oh, ich glaube, ich muss hier in den oberen wegs. Die Schilder sind weg. Ich kann nichts umlenken. Das ist ein Erdbild. Ein bisschen höher fliegen. Ein bisschen höher. Hinter uns. Nein! Er hat doch... Ah, das ist zerstört. Boah, wie hat er das geschafft? Ich habe die Schilder hinten weggeballert. Das ging schnell. Oh, wie toll. Hä, aber warum ging der Supercruise nicht? Das schickt mich gerade ein bisschen. Warte, wir kriegen das hin. Du kannst auch Energie mehr auf Schilde machen, ne? Wenn wir im Kampf sind. Ich konnte gerade überhaupt nichts machen. Bei denen Schilden. Vielleicht muss Lexus erst dann koppeln. Ich weiß es nicht. Lex muss das einstellen, glaube ich. Als Pilot. Mehr Energie auf die Schilder kannst du machen. Ich kann bei Rob nichts machen, ja. Diese Dreieck-Anzeige ist das. Scheiße, dass ich... Weißt du? Ich hätte ihn gekriegt, wäre ich in den oberen Turm geblieben. Alles meine Schuld. Kriege ich mal ein Schiff jetzt wenigstens instant? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Du musst ja fünf Minuten warten. Ich komme mal rüber zu dir. 20 Minuten muss ich warten. Nee. Haben die das verändert? Oder das Schiff ist zu groß? Ach du Scheiße. Für 1000... ...credits kannst du es verkürzen. Ja, scheiß drauf. Delivery-Time 3 Minuten 33. Muss ich aber trotzdem noch mal geschwind nach den Options gucken, wo mein Supercruise hin ist. Hinschauen. Quantum Drive wäre noch mal B, falls es mit meinem Throttle nicht funktioniert. Aber das muss funktionieren. Light Movement. Du kannst ja, glaube ich, schon direkt an der Station anvisieren. Quantum Travel System Toggle. Weil das Ding ist, wenn du dich von der Station entfernst... Oh nein, ich bin runtergefallen. Jetzt bin ich tot. Ich habe den richtigen gemacht. Autoland 27. Was habe ich da? Okay, das passt alles. Mein Gott, wie oft ich hier schon gestorben bin. Ich schaffe es, irgendwann mal zu euch zu kommen. Irgendwann mal. Minuten 13 noch. Minuten 13 noch. Wie ist Fahrwerk einfahren? Ähm... N, glaube ich. Ich habe das gebeindet, keine Ahnung. Ja, N. Was bist du hier? Ich komme... Hier. Lande Deck 5. Glaube ich. Nee, 6 steht da drauf. Und jetzt links. Ja. Schiff kommt gleich. Nice. Kann ich jetzt sehen. Lauf mal. Die sollten das aber noch so verändern, dass wenn die Stiffe starten, dass das so imposant aussieht, weißt du? Dass sie so sich in die Luft so erheben, so in dem Sinne. Kannst du mal gucken, Meloky, was Third-Person-Mode war? Y, glaube ich, oder? F4. F4. Fischig. Frei rüber. Kannst einsteigen. Okay, ich versuche mal. Ach du Scheiße, warte, 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 warte. Nicht bewegen, warte, ich bin gleich da. Ein Pilot-Seed. Yes. Deck und der Sitz. Bist du drinnen? Ja, Co-Pilot. Ja, bin drin. Ach du Scheiße. Äh. Geil. Ich bin im Turm drin. So war's der Arsch. Okay, ich geh wieder in den Turm. B9 ist meine Constellation jetzt. Wieso kann ich nicht schießen? Wir sind an der Station wahrscheinlich, aber ich muss erst mal entkoppeln. Sind wir zu nah an der Station? Wahrscheinlich. Ah, Power on. Warte, ich hab Power on gemacht. Jetzt noch mal. Vielleicht geht das jetzt. Ja, jetzt sollte es gehen. Jetzt sind wir zu nah an der Station. Dann fliege ich jetzt mal die Constellation und ihr fliegt bei Melokimiton. Dann hab ich Gleitschutz, oder? Ja. Das probieren wir doch mal. Ich hoffe, dass ich jetzt schießen kann. Also Power ist an, auf jeden Fall. Ach, guck mal, Schilder. Ich kann das Dreieck auch verändern, tatsächlich. Okay, mal so. Nee, ich kann's doch nicht verändern. Ich muss das theoretisch auch mal freischalten. Enter remote turret open. Press to unlock. Die Monitoring von dir ging dann an, wenn die Power on sind, oder? Das klappt schon. Ich hab jetzt anlockt, kannst du mal gucken, ob du jetzt auch was machen kannst mit der Power on? Ja, nee, kann ich nicht. Kann noch nichts verändern. Okay, ich bin auf jeden Fall im Tor. Und ich hab'n Fadenkreuz, das heißt, es sollte funktionieren. Lex ist hinter uns. Meer oben. Und jetzt genau über uns. So, und jetzt kann ich, glaube ich, mit Y-Free-Look-Mode, ja, genau, so. Wie kann ich in diesem, diesem Maus-Track-Modus ausmachen? Aber wieso kann ich immer noch nicht schießen? Gimbal-Toggle-Light-Found-Decoupled-Mode. Was ist die Decoupled-Mode, ist? Mining-Mode, Free-Look-Mode. Du musst mal dich umgucken, ob du das auch wo halt anfordern kannst. Du musst auch wo knapp sein, an der Seite, glaube ich. Ah, ich kann mehr Energie auf die Schilder geben. Also, auf die vorderen habe ich jetzt geklickt. Ja, tatsache, also Schilder kann ich verändern. Okay, so funktioniert. Free-Look-Mode. Seid ihr bei mir, oder was? Ja. Ah ja, jetzt sehe ich euch. Ja, ich bin im Turm, aber ich kann nicht schießen. Ich weiß nicht, wie das geht. Wie kann ich eine Mission teilen? Kann man das irgendwie schon? Keine Ahnung. Ey, warte mal. Ich springe mal zu Lex-Schiff. Okay, weil ich kann von hier aus nichts machen. Und bei Lex im Turm wusste ich, wie man schießt, okay? Ja. Okay. Bleib mal bitte stehen. Ich versuche mal auszusteigen. Ich weiß nicht, wie das geht, aber... Muss ich jetzt schön die Türen aufmachen, ja? Ach ja, Meloki muss die... Genau. Wow, geil. Ey, wie das aussieht, Alter. Ach du Scheiße. Ja, wie geht das jetzt? So jetzt. Ah, einmal aufmachen, bitte. Warte kurz. Hinten auch einmal. Hinten musst du auch aufmachen. Also, ich habe jetzt... Ah, da, Exit. Exit Zero-G. Okay, jetzt steige ich auch aus. Bei mir ist offen jetzt. Ich komme, warte. Warte. Ach du Scheiße, jetzt habe ich Probleme mit der Steuerung, okay. So. Ja. Gebt das Ding hoch? Oh. Oh, oh. Nichts zu machen, bitte. Du musst Y und E, kannst du nicht drehen. Bist du hier drin? Warte, ich kann doch das Ding wieder hoch machen. Du brauchst nicht springen. Du bist ja hier vorne, warte mal, wir sind hinten. Es seid ihr jetzt drinnen, warte. Ich kann nicht hören, ja. Ja, dann kommt auf die Plattform und ich mache wieder zu. Ganz einfache Kiste. Oh, das auch, ja. Ist das eine Plattform, Bischi? Okay, ja, ich bin da unten jetzt. Musst du jetzt einfach zumachen, glaube ich. Du musst wieder zu gehen. Ja, aber der Bischi ist hinten auf der Laderampe. Warte, ich hole ihn rein. Ich lege auf der Laderampe, ja. Kann ich springen, oder was? Ja. Ja. Geil. Scheiße, macht das Spaß. Du springst mir auf den Displays. So, jetzt gehe ich aber in den oberen Turm. Lass da Sprit rein, Jauhle. Wo ist der hintere Turm, also der untere? Da drunter, einfach, genau. Switch Fire Mode. Also irgendwo kann man das doch anbauen. Was? Power on. Alles klar. Power ist an. Warum kann ich hier nicht spoolen? Nee, das ist ein Bug. Ich kann hier auch nicht feuern. Ich kann nicht feuern. Ist der Power aktiviert? Ah, jetzt. Alles klar. Yeah. Jetzt könnt ihr kommen, Alter. Ja. Jetzt könnt ihr kommen, Alter. Dann, dann jumpt er dahin. Ich jump jetzt erstmal nach Grim Hex, hier. Normalerweise müssen jetzt kommt's, also... Ich höre es, ich höre es, ich sehe es. Da kommt sie, Alter. Geil, Alter. Wow. Wir wurden rausgezwungen. Was raus ist schon? Die ballern. Ich baller schon. Mich ballern, ich ballern, ich ballern. Die ballern auf uns. Die ballern auf uns, ja dann ballern. Alles klar. Ich ballern, ich ballern, ich ballern, ich ballern, ich ballern. Captain, Ausweichmanöver, keine Schilder vorne. Ich ballern nach oben. Ich bin hinter uns. Greift einen anderen an. Okay, du kannst weg springen. Ich versuche zu spulen, bitte? Also, er ist hinter uns, ich kann ihn nicht erfassen. Ich kann ihn auch nicht anfassen. Momentan, musst du nach oben oder nach unten ein bisschen drehen. Wie kann ich ihn ins Target nehmen, frage ich mich Young, wie geht das? Da kann ich das wieder Muss ich jetzt schon wieder die Route setzen, oder was? Okay, ist weg Ja, nee, du musst wieder auf B drücken Und festhalten, glaube ich Ich guck mal, wie man die Targets Guck mal das Jetzt geht's Ah, Weapons on and off ist auf P So, diesmal wird man nicht mehr rausgezogen So So Das nächste Target Hier ist unser Pickup Place Immer mal vor dem Ding weg, diesmal Weil ich sehe sonst nicht, wo wir hinfliegen im Astoridenfeld, mein Junge Aber es ist sonst ein bisschen critical Oh Gott, Space Break war was? Oh Gott Fuck, das musst du Das hat sich gut angehöhnt, fuck, was machst du? Okay, wir haben Zumindest überlebt Space Break wusste ich jetzt nicht, was sie war Und ich bin so schnell reingekommen Also ich sehe kein Knopf mit Mit Target, irgendwas Was ist Toggle Light? Toggle Light Licht anmachen, oder was? Toggle Light ist Licht, ja So So Da müssen wir hin Und jetzt müssen wir halt auch noch Landeerlaubnis entfordern Was heißt Toggle? Toggle heißt Einschalten Ah, okay So Ich Komm die mal geschwind Imperial Landing Services Okay Okay Landing Pad Assigned Und wo? Da Okay Jungs, jetzt wird's ernst Relax, versucht zu landen Vorsicht, ein Kabel Ah, Alter Das soll die drauf passen, oder was? Nämlich verarschen Was, hier drin Flugzeug nicht mehr raus Wieso das Was ist denn der Autolanding noch mal L? Oder was? Hast du auf N gedrückt Um das Fahrwerk rauszuholen? Oh ja, das wäre vielleicht noch eine Idee Und du musst dich normalerweise anmelden bei denen, ne? Hab ich, hab ich, hab ich Okay Aber wo ist denn? Und hier F Landing Permission ist hier Und hier F Landing Permission ist hier Ja, dann lande einfach Ohne nachzufragen Ohne nachzufragen Ah, sieht gut aus Okay, ich passe auf das Schiff auf, okay? Okay Ich bin in den scheiß Jäger drin, komme nicht mehr raus Oben links Da kann ich bloß die Kabine auf und zu bringen Gibt's nicht ein Hotkey? Option Also ging's mir beim letzten Mal auch Wo geht hier jetzt? Ich geh jetzt die Fracht holen Okay In der Station hier Z ist es Wenn ich wüsste, wohin ich latschen muss Elevator 2 Wie ruf ich denn? Hier Main-Konkurs Wie ist es so von der Stream-Qualität? Sehr gut So, wo ist denn mein Pfeilchen? Hier muss ich hin Hier kann ich mein Package abholen Mit F12 kannst du den Chat ausmachen links Wenn du willst Oh ja Danke So Aber normalerweise weiß ich Hab ich gesehen Dass wenn jemand dich angreift Dann Wird er Wird er anvisiert Da kommen so Dreiecke angeflogen Und ich weiß nicht, wo man das macht Die umranden das Schiff dann So Striche Ach da Cycle M&E Targets Vorwart Vielleicht könnte es das sein Cycle Sub Ich glaub's noch hier irgendwo auf dem Stick drauf liegen Auf Taste 2 und 3 ist irgendwas mit Cycled Pinnet Target Ist auch 4 Cycled Friendly Target Ist 5 Okay, also die Die Tasten von Willst du mit, Melokin? 1 bis 5 Andere Richtung Da ist sie Ah ja, okay Ich mach die Tür auf Alles klar So schlecht hab ich's hier gar nicht gelandet, hä? Okay So Schmeiß mal das Ding mal irgendwo hinten rein Ah, das reicht ja, wenn es hier drin liegt Irgendwo Das ist ja auch cool hier So, Paket liegt hier Also, es sieht sauber aus hier So, komm's Starterlaubnis Glaub ich nicht, dass ich die Starterlaubnis brauche, aber So, wo muss ich hin? Nach Jela Nee Remix past Deeroute So Wo muss ich hin? Abgeben Gibt es Ein bisschen weiter weg, wo wir jetzt hin müssen Hier Oh Auf der anderen Seite Sag mir jetzt nicht, dass wir nach Hurston müssen Doch Ich hasse Hurston, ich kann auf Hurston nicht landen, Alter Wieso? Weil ich zu blöd bin, du hörst Ach komm, probieren wir mal aus Du sterben, Alter Weil ich verletzt worden wurde, dich zersammelt Ja, genau Nein, ich sitze in den Schiff Äh, wo bin ich jetzt? Ey, warte, warte, in die Stadt Ich bin In der Station Ich auch, warum? Wow Wo ist das Schiff? Warum kann ich mich nicht bewegen? Guck mal, ob du das Schiff neu berufst Ich kann mich nicht mehr bewegen, nee Ich versuche, dich mal wegzuschubsen oder so Das Schiff ist weg Wahrscheinlich deswegen, weil Ohne Anmeldung gepackt wurde Warte mal, ich geh mal raus und join noch mal rein Ja, aber jetzt bist du weg Wie join ich dann da wieder rein? Theoretisch einfach nochmal neu auf das Spiel drücken Also, Universe Universe und dann Du musst eigentlich die Abfrage kommen, ob du halt ein Spiel beitreten willst Senden System oder was? Guck mal unter Kontakt Join Friends Ja, Join Friends, genau Join These Friends Bitte nicht in Port Odyssar Hm, das sieht nicht nach Port Odyssar aus Glaub, ich bin tatsächlich bei euch in der Base gespawnt Ich kann dich noch nicht sehen Oh, ich auch noch nicht Ich bin relativ weit unten gerade Ah, jo, unten 82 Meter Du musst den Aufzug nehmen Wir sind Der Aufzug hier Da vorne ist der Exit Aber geil, das funktioniert ja schon Mein Raum ist ja auch 2000 Meter entfernt Von der Station da, wo ich halt ausgelockt habe So Elevators sind da Oh Oh Ah, diese Station kaputte, creier So, dann hole ich mal Retrieve, die ist auf jeden Fall hier, ohne dass ich sie irgendwie zerschrottet habe. Das ist schon mal gut. A02 Habe ich jetzt den Auftrag noch? Ich frage mich, ob die Giste da im Schiff ist. Ne, ich habe keinen Contract mehr. Okay. Da muss neu gemacht werden, wahrscheinlich. Ja. Rapid from Grim Hex, das ist es. Das sehen wir ja schon. Also habe ich die, ich habe die gleiche wie gerade eben, habe ich nochmal angenommen, jetzt gehe ich nochmal runter und hole das Päckchen und dann blitz mal. Ich komme mal mit, ich nehme mir ein bisschen nochmal an, vielleicht gar nicht. Stimmt, ja. F2. Geht die Mission F1. Journal oder was? Und dann kannst du da deine Dinger annehmen, ganz rechter, rechter, unterer. Kommst du da rein? Okay, er kommt dann. Das war aber knapp. Ganz rechter und dann General oder was, was hast du da genannt? Ähm, wenn du da auf F1 gehst und dann unten, ähm, General Delivery. Und dann stand da was mit Deliver. Need my Package, äh, Package found oder so? Oder welcher Auftrag war das? Deliver heißt der. Einfach nur Deliver? Deliver. Ich kicke, das, das tönt ab. Hm. Nee, ich kann den nicht finden. Wahrscheinlich, weil ich ihn angenommen habe. Ja. Ey, jetzt bin ich hier im Aufzug, mach die Tür auf. So, ich hab's Päckchen. Okay, wir sind im anderen Aufzug. Ja, ich hab's egal. Ja. Oh man, dass es jetzt funktioniert. Ja. 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 das sieht schon geil aus hier liegt noch ein paket liegt tatsächlich noch einzig ja es ist ja hier So, Paket liegt im Frachtraum, zweites liegt hier auch noch drin, Meloky raus aus meinem Sessel. Was sollst du denn machen? Yeah, mein Komplett. Ich verset mich ja schön an den Tisch, pass auf. Hä, wo ist der Tisch hin? Ach ja. Ist so geil, tack. Flare selected. Fight ready. Engines are on. Landing complete. Okay, wir sind on our way. Schilde werden aufgebaut, sehe ich. So, Fahrwerk raus. Rein und dann... Oh, jetzt haben wir weniger Schilde. Warum? Nein, wir brauchen mehr Power. Schilde bei 55%. Jetzt bauen sie sich auf 60. 70. ... ... ... ... ... Delivery drop off oder was? Ja. Gut. Leck, du hast ja dieses Dreieck da links unten. Ja. Genau, und mit diesem Dreieck kannst du einstellen, wo du die Meisterenergie... Wo ich die Power hab. Das ist wie der Energieverteiler in Elite. Genau. Kann ich ballern? Nee, ich kann nicht ballern. Ah, jetzt. Okay. Ja, ja, erst wenn du aus dem Quantum Drive raus bist. Wollen wir manuell anfliegen oder wollen wir springen? Komm, wir springen. Okay, Schilde sind bei 100%. Ich muss noch mal setzen, Kurspakt. 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 Der Rude packt immer noch, ich muss schön Energie ausmachen und wieder an. Ja man, mit dem Routenplan hat das noch nicht so ganz. M4A Laser Autokannen sind aus. Kannst du unter Items sehen. Okay. Ja, links auf der linken Seite oder da genau. Bei mir sind beide On, SMA Shimali, beide On. Okay, weil ich hier, ich habe einmal im System sehe ich ja, auf der linken Seite wo das Dreieck ist, da hast du das System und dann hast du Items. Und ich bin unter Items gegangen und da wird dir die Energie angezeigt. Und wenn du runter scrollst, dann sind da noch zwei Punkte Laser Autokannen oder Autokannen. Was für ein Target? Nichts okay. Muss ich da hin. Das ist einfach nur nice. Das ist einfach nur so schön. Die Power ist mittig verteilt, das passt alles. Die Schilde sind auch alle auf 100%. Hitze ist auch okay. Die Schilde sind auch alle auf 100%. Jetzt hofft man, dass keine Ballista kommt. Die Schilde sind auch alle auf 100%. Die Schilde sind auch alle auf 100%. Ich muss nochmal das Schiff ausmachen. Mein Sprungcomputer geht wieder ab. Oh oh, wir fallen runter. Ja ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Wir fliegen jetzt manuell hin. So. Ist ja nicht mehr so weit. Meloki, spring mal vorm Cockpit rum. Ich seh dich tatsächlich. Unglaublich. Auch in der Außenansicht. Wir hoffen zu teabacken. Ich seh dich auch im Turm da oben. Das ist ja krass. Das ist jetzt der Hover-Mode. Und jetzt seht ihr hier seitlich an den Triebwerken, seht ihr diese Triebwerke nach unten aufrichten. Je höher ich gehe, umso schneller geht der Hover-Mode weg. Aber vorne rechts hast du auch solche blauen Triebwerke, ne? Ja, ist alles Hover-Mode hier. Okay, aber wieso sind die nicht auf der linken Seite, nur rechts? Siehst du das? Keine Ahnung. Wo ich mich nicht in der Barriere gehen. Oder wo das uns weggeschossen. Kann auch sein. Krass. 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 Ich weiß nicht was ich gemacht habe, auf jeden Fall habe ich jetzt hier geklickt bei den Schilden und das System Usage 0,10% Und bei dir hat sich das, das wird auch bei dir glaube ich da angezeigt Unten links, aber ich bin mir nicht sicher Oh, vier Kilometer noch Mal den Com-Channel aufzupassen Keine Coms Vielleicht gibt es da auch keine Coms, müssen wir mal schauen Mal ein bisschen auf die Bremse Mal Landing Gear an Landing Gear deployed So Ich glaube hier müssen wir landen Jungs Hier ist der Outpost Ich glaube hier ist der Outpost Ist die gelandet oder nicht? Ja ich glaube ja Oh, ist stürmisch draußen Oder? Ne Das war das Geräusch von dem Turm Hast du die Fracht? Mal okay, da unten? Ja okay Mal okay hat die Fracht Das läuft ja nicht schneller Ist die so schwer Hast du die Kiste? Ja Mal okay hat die Jetzt kann ich nicht rennen Lasst offen bitte Das ist schon ein riesen Gerät Auch wenn es ja eigentlich klein ist Jetzt hoffe ich Dass wenn du das abgibst Mal okay Dass es trotzdem funktioniert Müsste Wo muss ich die platzieren? Nice Ich muss die Kisten Einfach mal mitnehmen Hast du es abgegeben? Ja Ja Bei mir wird jetzt nichts angezeigt Müsste ich die speziell irgendwo hinpacken? Oder Die musst du normalerweise In ein Ja Dort wo Wo ist die Kiste denn jetzt? Hups Hähnchen Deliver Und wo muss es hin? Ich habe sie platziert Also okay Nein Gibt es nicht irgendwo so ein Deliver Deliver Station Oder sowas? Nee Normalerweise Legst du die dann irgendwo hin Wo das in der Fläche ist Auf der einen Seite fehlen die Hover Düsen Warum auch immer Trading Hier Trading and Ship Console Hier Hier Vor mir Kannst du da drauf drücken? Ah hier kann ich auf Place gehen Alles klar Warte mal Jetzt muss ich schauen Wo ist Place? Hier Kannst du platzieren Warte mal Droppen Carry BleID Plain Hier Trotzdem ist mein Auftrag nicht fertig. Bestimmt, weil Meloki die Kiste abgegeben hat. Jetzt sind wir umsonst geflogen. Ich geh mal zum Schiff und guck nach, wo die Kiste ist. Bestimmt die falsche gewesen. Welche Kiste hattest du genommen? Die aus dem Laderraum oder? Die von der Laderrampe. Da müsste eigentlich die bilden sein. Wo ist die? Ich hoffe, sie ist ein bisschen versteckt. Hä? Liegt sie auf dem Bett oder wo? Hier, komm her. Wo? Hinter dir. Ach Leute. Ist das geil. Jetzt hat er die Tür zugemacht hinter mir. Ratte. Hey. Hä? Die Kiste jetzt. Planet Express, ich sag's dir. Ich drück es. Achso, warte. Ich carry die Box, du drückst den Elevator. Was ist da? Pübe. Eieieieiei, Eieieieieieieieie. Ist irgendwie wohl aufs hier ne 5 Mann Crew. Oh ne Witz, dumm ehrlich, weil wir's nicht klarkorrikieren mit den Kisten mit im Griff. Weitens neunerfünfzig. Jungs. Irgendwie packe ich die Waffe wieder weg Wie laut das ist Da muss der R gedrückt halten Okay Also die scheint echt buggy zu sein die Mission Ey ich kann nicht nachladen Wieso kann ich meine Waffe nicht nachladen Okay Magazin heißt Boah kriecht her Meloky welche Kiste hattest du denn abgestellt? Ich glaube die hier Okay und jetzt nicht hier Die hier Mit ihm mal Ich habe hier Platz hier Wie hast du das jetzt geholstert wieder? Warte mal Ja Ärgerdurchtet Da sind die bescheuert verteilt Elektrisch am Ort da Die an den Terminal kannst du nix machen? Ja da muss es doch eigentlich gehen oder? Da steht ja buy sell Oder reicht es dass du die hier Instellst Ne da kann ich bei der constellation verkaufen Ja Ja sie ist buggy Äh Left bucket Left bucket Left bucket Ich hätte jetzt auch eine Mission halt annehmen können Da steht eine Flasche Radegas Ja Keine Ahnung wo ist die Abstände Oh, jetzt ist es hell. Draußen. Oh ja. Das ging schnell. Oh, jetzt geht's. Oh, jetzt geht's. Jetzt sind wir gestrandet. Meuterei. Warte, ich komm wieder runter. Boah, ist der Hauwand schrecklich. Boah, aber da müssen die noch mit der Grafik fallen, ey. Ich hatte gerade polygonartiges Feuer gehabt. Aber es sah schon geil aus. Bleibt da drin? Noch nicht. Ja. Aber nicht, warte mal. Ja. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich denke, wir sind vorne, Brüttel. Das sieht so geil aus, das ist der Planete, das sieht echt schon gut aus. Das ist zwar nix, aber das sieht echt gut aus. Da ist die Tür auf, das ist verrückt. Alter, was? Wir haben die Tür aufgemacht. Ich darfst nur nicht rausspringen, ist doch okay. Die Tür ist wieder zu hier. Wenn hat sich die Tür verhalten? Gleich. Wenn wir hoch genug sind. Ne, guck mal außen an der Sicht. Ja. Wir sind noch nicht draußen. Jetzt lauten. Ja, ja, wir sind trotzdem noch nicht außerhalb des Planets. Wenn ich außerhalb des Planets bin, habe ich die Orbitalanzeige weg. Ja. Ich darf nicht mehr Zeit. Ich muss noch nicht, ich kann es nicht mehr ziehen. Ich muss noch nicht mehr so schnell auf dem Weg gehen. Ich muss noch zum이를 wegen, der sollte ich schon mitbekommen. Ich muss noch nicht mehr draufstellen. Ich möchte dazu eine Frage. Ich muss noch nicht mehr auf dem Weg nachschreiben. Ich habe die Knarre noch in der Hand, wie geil ist das denn, ey? Ich habe die Pistole gerade hingesetzt und ich habe die Pistole in der Hand. Ich habe die Pistole in der Hand und ich habe die Pistole in der Hand und ich habe die Pistole in der Hand. Ich habe die Pistole in der Hand und ich habe die Pistole in der Hand. Jungs, ich mache die noch nicht kaputt. Ich denke dann, es gibt Crime Service. Aber das mit den Fighten müssen wir noch ausprobieren. Ja, meine Waffe hat es jetzt gepackt. Wir müssen uns echt mal einen Tag am Wochenende freinehmen und uns das mal auschecken. Ja. Weil wir sind schon voll in Naps. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein fettes dickes Schiff so schnell kaputt gehen kann. Das geht nicht. Machen wir was falsch. Ja, machen wir auch was falsch. Ja, machen wir was falsch. Ich habe keine Ahnung, wo es Auto-Landing war. Aber ich glaube doch, das war hier jetzt. Ja, jetzt. Automated Landing. Jetzt habe ich es. Okay. Ich muss meine Keeper jetzt erstmal wieder rauskriegen. Ich gucke, das ist das Auto-Pilot-Landing. Mach ich gar nichts mehr. Ja, vielen Dank, dass Sie mit der EDS mitgeflogen sind. Wir erreichen in Kürze Port-Odysar. Ich schalte jetzt den Strom aus. Meloky versteckt sich jetzt vor einem Schiff. Wenn ich die Tür um mich hau'n, oder was? Bist du rausgesprungen da, oder was? Ja. Na, nice. Auto, wo ist das Auto? Das gibt es noch nicht. Ja, Auto, los. Passt hier genau hin. Sieht schon geil aus, ey. Meloky liegt. Gestorben. Seid ihr? Ja, guck mal, er ist tot. Warte, ich rette dich. Rette nicht. Ich wünsche nichts mehr da. Ich habe Self-Destruct gedrückt und dann seid ihr gestorben. Krass. So, aber ich mache hier auch mal Schluss mit meinem Stream. Unterwegs im Bambi-Anzug, ja John, da hast du recht. Ja, nochmal rübergucken, soll ich tue ich kurz? Meine Pistole ist weg, ist so ein Scheiß. Die liegt bald hier unter dem Sitz. Wo ist denn der Klamottenladen? Klamotten kaufen. Klamotten kaufen? Oha, ich bin voll am Arsch der Welt, ey. Was ist jetzt, wenn ich jetzt hier mein Schiff order, liegt das dann mit euch in meinem Space? Ey, ich sitze im Schiff. Ich mache mal Flight Ready. Ja, geht. Alter, ich habe es angeschmissen. Ey, ich muss tatsächlich ein Claim, ja, du hast es jetzt quasi gehightrackt. Krasse Scheiße. Ja, ich mache wieder aus. Engine off. Achso, achso, okay, wenn du es, wenn du es Claims, wird es als gestohlen gemeldet, okay. Echt, meinst du? Ne, schreib mir gerade in deinem Chat. Das heißt, er wird dann abgeschossen? Ja, geil. So, ich habe es jetzt geclaimt. Und du bist jetzt straffällig geworden, Bischi. Echt? Wenn du dann quasi da erwischt wirst. Achso, wenn ich wegfliegen würde. Ne, weil du drin sitzt, glaube ich. Ah, okay, jetzt bin ich rausgegangen. Okay. Aber kann ich gegen die Polizisten kämpfen? Aber ich glaube, ich verliere. Mit deiner Pistole, Alter. Ja, genau. Und deinem Standardanzug. Wo ist denn der Waffenladen? Ja, ich brauche ein neues Magazin hier. Ich brauche zwei oder drei. Munition geht alle. Ich brauche erstmal eine automatische Wummel. Das war ganz wichtig. Schuhe brauche ich nicht. Wer braucht Kleidung? Ich muss den Melokir erstmal erschießen. Dass ich erst meine Licht als Käpt'n an das schwächste Glied in der Kette zu erschießen. Okay, Ersatzteil Lager für Schiffe. Melokir hat mir gerade meine Cargo-Mission vereitelt. Habe ich überhaupt nicht. Habe ich überhaupt nicht. So, dann holen wir uns erstmal sowas. Wow. Okay. Anzüge habe ich schon gefunden. Energy Shotgun, SMG, Warhawk. Weapon, Star. Live Fire Weapon. Melokir direkt in einem Weapon-Laden. Hat sie schon eine Wummel gekauft. Kannst du hier auch Magazine kaufen? Ja, ne? Ja, ja. Was gibt's denn hier? 2000 Credits. Ah, ja. Welcome back. Ja. Ey, äbchen. Your Transaction has succeeded. Eine Shotgun. Wo ist jetzt meine Gun? Habe ich die jetzt im Inventar? Nice to see you again. Kann ich jetzt equipen, glaube ich, dann so, ne? Got some new inventory and Deaths. Ihr Weapons und dann... Ah, jawoll. Ihr Disaster Energy Shotgun. Hi. Good to have you back. Nice to see you again. Ich bräuchte halt ein Armor auf jeden Fall noch, aber da muss ich morgen mal ein paar Fracht-Missionen fliegen. Ah, der hat drei Waffen dabei. John Meissung hat gemeint, ähm, wenn wir, ähm, eine Rüstung haben, können wir mehr als eine Priverwaffe auf dem Rücken tragen. Er hat immer eine Pistole, einen Sniper und eine SMG dabei. Das ist ja also auch ganz cool. Nice. Nice to see you again. Nice to see you again. Ah, äh, ich brauche nicht. Warte. Nope. Warte, ja. Ah, fahr doch da rüber, Herrgott nochmal, ey. Das ist ja wohl keine Bodenverlegung. Hi, thanks for coming in. Alrighty. Aber dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, mache ich für heute mal Streamschluss. Danke fürs Reinschauen, John Meissung. Und, ja, dann würde ich sagen, ich lade jetzt gleich den Stream noch kurz auf YouTube hoch. Und, dann, ähm, wünsche ich euch eine gute Nacht. Und, morgen 22 Uhr. Geht's weiter. John Meissung, danke für den Follow. Mega. Freu mich. Und, wir sehen uns die Tage, ne? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Fly safe, Commander. Ciao. Vielen Dank.